Ich schenke meinem besten Freund einen Sunscooter, den hab ich vorhin eingepackt und den Roller hinter dem Sofa hier versteckt, damit er ihn suchen muss, wie an Ostern das üblich ist. Ich bin echt gespannt, wie er reagieren wird und ich sag ihm jetzt Bescheid. Sidney, ich hab ein Geschenk für dich. Ein Geschenk? Bro, was ist mit deinen Haaren los? Digga, frag mich. Ich geb dir einen Tipp. Okay. Du musst in die Küche. Sidney hat dann erstmal die ganze Küche abgesucht und war irgendwie voll falsch die ganze Zeit. Ich hab ihm dann den Tipp gegeben, am Sofa zu schauen und das hat er dann gemacht und den Roller auch gefunden. Ich hab irgendwie gedacht, dass er sich mehr freut. Hallo Sidney, das ist dein neuer Roller. Ich hab den Roller leider nur schon gesehen, weil ich alle mir kommentiert hab, Sidney, ey, irgendwie baut dir einen Roller, ey, baut dir einen Roller. Okay Leute, Sidney wusste also schon davon, ist aber auch jetzt nicht schlimm. Er hat sich auf jeden Fall trotzdem gefreut und schreibt mir in die Kommentare, welchen Tricks Sidney als erstes lernen soll. Er hat mir sogar ein Küstchen gegeben. Unglaublich, oder?